Ho, ho, ho und einen fröhlichen dritten Advent. Wir öffnen jetzt das elfte Faulenzkalender Türchen und heute ist dann doch wieder etwas Großes. Ich erkenne doch ein Muster, das an den Adventssonntagen doch etwas, naja, etwas Aufwendigeres drin ist. Ich kann es leider nicht original verpackt zeigen, weil es zwar bestellt und auch schon bezahlt ist, aber immer noch nicht verschickt worden ist. Und zwar sind heute Sony WH-XM4er drin, nicht die 5er. Ich weiß, die klingen gut und Tritra Trulala, aber die kann man halt nicht mehr einfalten, also zusammenfalten, was für mich einfach persönlich nicht so das Knorkige ist. Na klar, die 4er waren jetzt auch zum Black Friday irgendwo wieder günstiger im Angebot und nein, ihr bekommt die ja nicht in Rentnergrau, sondern wie gesagt, heute ist ein Paar Sony WH-1000XM4er drin. Ich glaube, in der unauffälligen Farbe schwarz oder blau. Gibt es die von Sony überhaupt in blau oder waren das nur die Bose 45er? Weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall eine dunkle Farbe. Wie gesagt, kein Rentnergrau. Die sind heute drin. Für mich nach wie vor, hatte ich jetzt letztens auch nochmal auf dem Trip, obwohl ich die 5er auch habe. Die 4er sind für mich nach wie vor das Ding der Wahl, allein um damit rumzulaufen, um allein zusammenzufalten. Und ich weiß, viele da draußen, gerade die Apple-Nutzer, sagen, oh, in ihr, iPod Pro, Pro, zweite Generation oder sowas, ich will nie wieder etwas ohne haben, etwas anderes haben. Ja, ha, ha, ha. Und im Sommer sind OverEars eine Katastrophe, man schwitzt runter. Aber gerade jetzt, zur kalten Jahreszeit, es ist einfach so schön, sollte Dinge auf dem Ohr haben, wenn man draußen rumläuft oder irgendwo auf dem Busbahn, was auch immer, wartet, sind wie Ohrenwärmer. Also, ich will die jetzt nicht hier anpreisen. Ihr wisst, also, wer nicht jetzt jeder mitmacht. Ich sage ja die ganze Zeit immer, nur bitte die Leute, die sowas auch gebrauchen können und nicht bei Eber verticken oder oder oder. Das heißt, heute, ich habe es jetzt zum zehnten Mal gesagt, ihr wisst, was drin ist. Ich habe ein Video gemacht, wie das Ganze hier abläuft, Teilnahmebedingungen und ansonsten ist unter dem Video der Link zum Technik-Faultier-Blog, da in einem entsprechenden 11. Türchen. Den Kommentar verfassen, dass, wenn man denn mitmachen möchte, ihr müsst ja nicht mitmachen. Und auch nochmal die freundliche Erinnerung, ihr müsst kein Technik-Faultier-Abonnent sein. Ihr müsst das Faultier-Land hier nicht abonniert haben. Ihr braucht mich nicht auf Twitter, auf Instagram folgen, auf TikTok sowieso nicht. Das ist ja auch egal. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, noch ein schönes Restwochenende, einen schönen dritten Advent und kommt morgen gut in die nächste neue Woche. Aber ich weiß, die einen oder anderen sehe ich heute Abend nochmal. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!